Der nächste Transfer ist in trockenen Tüchern bei unserem FC Hansa und zwar kommt der 26-jährige Morris Schröter von Dynamo Dresden. Wir haben tatsächlich auch eine Ablöse gezahlt von rund 100.000 Euro, das kennt man ja sonst eigentlich auch nicht. Wir verpflichten im Normalfall meistens Spieler, die ablösefrei sind. Ich bin gespannt, er hat einen Marktwert von 500.000 Euro, ist auf der rechten Seite aktiv, kann im rechten Mittelfeld spielen und auch Rechtsverteidiger. Bedeutet, er wird wahrscheinlich der Ersatz für Timo Becker sein, den wir leider nicht holen konnten, ist zu Holstein Kiel gewechselt, heißt Konkurrenz auch für Nico Neidhardt und Kai Pröger. Denn, ja, in 33 Einsätzen konnte er einmal treffen und vier Torvorlagen erzielen. Das ist schon recht ordentlich. Das Tor hat er beim 3-0-Sieg gegen Werder Bremen geschossen und ist da. Ich zeige euch mal die Ausstellung, habe ich ein bisschen recherchiert, im rechten Sturm aufgelaufen, beziehungsweise auf der rechten Seite. Kann aber auch, ja, ich habe noch eine aktuellere Ausstellung gegen Düsseldorf beim 2-2, als rechter Außenverteidiger agieren. Denn, also, Hertel hat ja auch ein neues System, sage ich mal, mit seiner 3er-Kette, beziehungsweise 5er-Kette gefunden. Gegen Pauli hat das ganz gut funktioniert. Werden wir einfach mal sehen, wo der Morris dann spielen wird. Was denkt ihr, kann uns der Morris helfen? Ich bin offen für alles, denke aber trotzdem, dass unser Nico Neidhardt natürlich gesetzt ist. Aber, ihr wisst es ja, Nico kann auch Linksverteidiger spielen. Sollte es zum Beispiel bei Strauß oder Schärf mal ein bisschen zwicken oder sie jetzt nicht überzeugen, dann könnte Nico Neidhardt auch auf LV ausweichen. Morris dann auf RV, rechtes Mittelfeld, wie auch immer, rechter Außenverteidiger. Bedeutet aber auch, wir brauchen noch einen stabilen Innenverteidiger. Wenn Hertel jetzt drei Innenverteidiger mal spielen lassen möchte, da sind Rosbach und Malone, denke ich, gesetzt. Aber der dritte Mann, der ist dann natürlich noch, ja, weiß nicht, offen an die Position. Müssen wir mal schauen. Hüsing ist ja leider nicht gekommen. Wechsel zu Arminia Bielefeld brauchen wir nicht mehr viel drüber sagen. Aber jetzt könnt ihr ja gerne mal eure Meinung reinschreiben. Vielleicht auch die Dynamo Dresden-Fans. Ich muss sagen, er ist mir nicht so krass aufgefallen in der Zweitligasaison. Deswegen könnt ihr mir ja, oder uns allen nochmal helfen. Und vielleicht, ja, ein kleines Fazit reinschreiben, ob der Morris Schröter ein stabiler ist, ein guter. Und ansonsten wird er hoffentlich gut gemacht von Jens Hertel, denn er kennt ihn noch aus der Magdeburger Zeit. Er ist ja auch in der Nähe von Magdeburg geboren. Kommt aus Wolfen. Sachsen-Anhalt ist 1,83. Groß, perfekt für die rechte Seite. Magdeburg ist auch interessiert gewesen an ihm. Er hat sich, ja, zum Glück für unseren FCA entschieden. Und jetzt bin ich gespannt. Lassen wir uns überraschen. Was ihr zum Transfer sagt. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute, dass er sich hier beweisen kann. Und hoffentlich auch einschlägt. Klar, vielleicht jetzt nicht der Königstransfer, den man sich gewünscht hat. Aber es ist ja noch Zeit. Pike macht das schon. Und Hertel wird auch wissen aus seiner Ex-Magdeburger Vergangenheit, was der Morris drauf hat. Und ich bin gespannt. Ja, jetzt alles gerne rein. Danke an jeden Daumen nach oben, an jedes Abo für diesen Support hier auf dem Kanal. Hat mich mal wieder gefreut. Und jetzt bleibt stabil. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.